Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Die ganze Welt wird von Kappesköppen, Warmduschern und Tofu-Grillern bevölkert. Die ganze Welt? Nein, in den tausend Bergen des waldreichen Sauerlands kommen nach wie vor nur die Harten in den Garten. Schon seit Generationen leisten die tapferen Sauerländer Eingeborenen Widerstand gegen alles, was nicht in eine Tüte kommt. Die Sauerländer, vom lieben Gott nach seinem Ebenbild erschaffen aus Mutter Erde und Vater Durst. Die Krönung von Erschöpfung und dazu noch die klügsten, die schönsten, die härtesten und die bescheidensten Menschen der Welt. Reichlich Beweise dafür liefert das neue Büßchen von Michael Martin und Sonja Ella. Sauerländer, besser geht's nicht. Erfahren Sie, woher die Eingeborenen der tausend Berge stammen. Was sie bewegt, wie sie leben, wie sie lieben. Wie sie quasseln, fuckeln und Feste feiern. Auch wenn es gerade mal wieder volle Kanne am Plästern zu Gange ist. Sauerländer, besser geht's nicht. Erhältlich ab sofort im Handel und im Woll-Online-Shop. Untertitelung des ZDF für funk, 2017